Ich bin Wolf Fuss, ebenfalls anwesend ist Hansi Küpper. Hallo Wolf, es fühlt sich richtig großartig an hier am Mikrofon. Ich bin voller Erwartungen für dieses spannende Spiel. Ui, das ist sehr kreativ. Stark geholt. Und ab durch die Mitte. Schießt ihn aufs Tor. Eiskalt verwandelt. Das ist das 1 zu 0. Dieser Treffer zeigt wieder einmal, was in dieser Mannschaft steckt. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herausgespielt wurde. Jawohl. Er hält drauf. Der Ball ist im Netz. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Ein unglaublicher Hammer. Solche Dinger sehen wir auch nicht alle Tage. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt hat er die Chance. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Er probiert's. Auch noch eins. Jetzt sind sie drei vor. Also das Ding dürfte gelaufen sein. Perfekt platziert. Das ist eine gute Chance. Und er schießt. Und sie setzt noch ein drauf. Hier spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie zweistellig wird die Geschichte. Einfach unhaltbar. Jetzt gibt's doch noch einen schönen Schuss. So geht schnelles Kurzpassspiel. So, das war's. Das Spiel ist aus. Das war heute eine...